Ja, bei mir muss einfach das alles drumherum stimmen. Die Mannschaft hat eine Riesenqualität. Das Drumherum mit den Fans, auch die Stadt, hat einfach sehr viel Emotionales. Ich wurde auch sehr, sehr gut von der Truppe aufgenommen. Meine persönlichen Ziele, denke ich, sind erstmal, dass ich mich wieder weiterentwickele, dass ich wieder einen großen und einen richtigen Schritt in die richtige Richtung mache. Und natürlich mit meinem Fußball, mit meiner Qualität, dann einfach dem VfB so gut wie möglich helfen kann, dass wir als Mannschaft dann unsere Ziele erreichen können. Beim BVB war eine geile Zeit, wie gesagt. Und wenn ihr das als Schritt zurück nennen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber für mich ist es, glaube ich, ein richtig großer Schritt nach vorne, wenn ich mich hier als Spieler weiterentwickeln kann und einfach meine Erfahrungen, jetzt auch, wenn ich mich hier durchsetzen kann und hoffe, dass ich das werde, dass ich dann einfach sehr, sehr viel Spielpraxis sammeln werde. Und einfach, ja, wie gesagt, dann ist es für mich eher ein Schritt nach vorne wie ein Schritt zurück. Ja, bei mir muss einfach das alles drumherum stimmen. Die Mannschaft hat eine Riesenqualität. Das drumherum mit den Fans auf die Stadt hat einfach sehr viel Emotionales und es ist einfach wieder was Geiles, wo man einfach reinwachsen kann und einfach wieder auch was Geiles erleben kann. Und das will ich einfach meinen Teil dazu beitragen. Und wie gesagt, hier passt einfach alles, was ich verletzt habe. Es ist einfach ein Club mit auch sehr viel Tradition und ja, ich liebe sowas einfach. Und deswegen finde ich es einfach geil, hier spielen zu dürfen jetzt.